Es ist einfach eine wunderbare Frau, die immer für einen da ist, die einem immer Rückenstärkung gibt und einen auch in schwierigen Zeiten unterstützt. Es ist wunderbar, es ist so eine tolle Stütze im Leben, eine zuverlässige Person, ich traue ihr über alles, es ist einfach unglaublich. Ich freue mich auf einen grandiosen Tag, ich liebe meine Schwester, ich liebe Aike und wir machen den heutigen Tag zu ihrem Tag. Auf euch, Patti und Aike. Bist du hierher gekommen, um nach reichlicher Überlegung und aus freiem Abschluss mit deinem Bräutigam Aike den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Seitdem man drüber, bis dass die Treue in die Tür wird, bis er es ist auch eine Art Schöpfung. Und ich bürfeuße di auch auf dich, bis er die Treue in die Tür wird. Können wir ihn aus der места, bis er dazu sind? Und ich verspreche dir die Treue in der Tür. Die Tür wird durchgegangen. Und ich verspreche dir die Treue in der Tür. Lecker, bis erálte ich dich an, aber auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Celebrity und betternungen mal sauber. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020